Hallo Leute und willkommen bei meinem neuen Minecraft Let's Play. Ich habe gestern schon eine Stunde aufgenommen und habe dann gemerkt, wo ich die Datei angeguckt habe, dass wir nur einen schwarzen Bildschirm aufgenommen haben. Jetzt habe ich alles eingestellt, jetzt nimmt er auch wirklich Minecraft auf und deswegen löschen wir diese Let's Play Welt. Weil, ja, weil deswegen und erstellen uns eine neue. Let's Play Minekraft slash Niko Steam. Geht nicht. Dann nur Let's Play Minecraft. Als Seed nehmen wir mal What the Fuck Barbecue Niko zockt wieder. Done. Create new world. So, mit meinem neuen PC kann ich nämlich dann auch das filmen, weil es nicht laggt. Und man sieht gleich, ich habe die Shader-Mod mit den Schatten drin. Und, uh, 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 ich bin in einem Dschungel. Uh, und eine Wüste nebenan. Uh, uh, das gefällt mir jetzt schon mal. Ähm, gut, dann suchen wir uns erstmal so ein bisschen, oh, so ein Baumhaus wäre was Cooles irgendwie. Huh. Ich bin mal weg. So. Und. Hier. Ah, geschafft. Und. Hier. Oh. Au. Ah. Ja. Nee. Ist das. Oh, ein Apfel. Oh, Apfel. 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 Ja. Ich hab mal Apfel. Ich hab mal Apfel. Ich hab. Komm ich da hoch? Hä? Hä? Nee. Ähm. Warte mal. Weg damit. Weg damit. Hä? Äh. Na links. Nein. Hä? Okay. Festhalten. 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 Hä? 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 Festhalten. Festhalten. Ähm. Ich möchte da rüber. Äh. Noch ein Stück höher. Hä? Komm schon. Okay. 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 Und. Hä? Nein. Au. Haha. Mano. Warte. Kann ich die? Kann ich die nicht abnehmen? Nee. Kann ich nicht. Ich hab euch Scheren für. Och Mano. Ich möchte hoch. Ähm. Äh. Komm. Ich pflanze mich erstmal. Zack. Ähm. Uh. Haha. Äh. Jetzt kann ich nämlich. So. Und. Dann gehen wir hier lang. Hier hoch. Oh. Das ist aber schick hier. Aber ich brauch Holz. Ich brauch Holz. 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 Wir bauen uns nämlich. Das wird nämlich unser Hauptbaum. Da bauen wir unser Baum aus rein. Müssen wir uns mal merken, dass es ja da ist. Aua. Ich hole jetzt mal ein bisschen Holz jetzt hier. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Ba ba ba. Da da da. Ähm. Die Farben weiß ich nicht woher die kommen. Wieso das so ein bisschen anders aussieht. Ähm. Ich werde das mal. Na. Maus. Funktionier. Erstmal hier so hoch bauen. Damit ich. Da oben dran komme. Ähm. Ich spiele glaube ich auf normal. Ne. Peaceful. Machen. Ja. Lassen wir die erste Nacht mal peaceful. Also. Bis zum nächsten Tag. Und irgendwie spackt meine Maus rum. Warte mal. Ah. Ich hab ja neuen PC. Ich muss hier erstmal. Bisschen alles umstellen. So. Machen wir mal die Tastatur dahin. Weil ich hatte gedacht. Ach. Bist du mal gemütlich. Nimm sie die Tastatur auf den Schoß. Und die Maus auf der Couch. Aber das hat anscheinend nicht so geklappt. Wie es klappen sollte. Jetzt muss ich gucken. Weil ich hab meine Kamera dahinter noch stehen. Nicht dass sie runter plumpst. So. Maus daneben. Und jetzt können wir wieder runter basteln. Runter. 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 Und dann bauen wir uns eine Leiter. Damit wir ganz da oben klettern können. Und fangen dann an oben unser Baumhaus zu bauen. Machen wir so ein ganz großes Baumhaus oben drüber. Das wird cool. Weil ich mag diese neuen Dschungelbeet. Ich hab ja gedacht, das wäre ein cooler Baum. Aber ich glaube ich nehme den. Das scheint einer der höchsten hier zu sein. Ähm. Nein. Kommst du bald zurück. Dann. Craften wir uns mal hier ein Crafting Table. So. Und dann. Machen wir uns ein paar Stöcker. Äh. Ja. Nehmen wir einen wieder. Einen wieder weg. Hab ich gesagt. Nicht wieder so. Dann 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 so. Zack. 15 Leitern. Die sollten erstmal reichen. Nehmen wir uns ein Table wieder mit. Und dann gucken wir mal. Ähm. Hm. Ich würde sagen in Richtung Wasser. Will ich den. Dann mache ich nämlich hier. Mache ich dann alles weg. Und dann gehen wir da hoch. Machen wir ruhig doppelt. Ich glaube. Äh. Zombies und so können nicht klettern. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Das Ding ist aber hoch. Da freue ich aber noch. Viel mehr. Ach. Weißt du was. Dann nehmen wir die hier unten erstmal ab. Und nehmen die erstmal mit. Brauchen hier erstmal nur eine Leiter nach oben. Vor allem wir werden hier auch nicht ganz nach oben. Wir werden hier nach oben so ein bisschen platt machen. Jetzt habe ich natürlich das. Machen wir uns ein paar mehr Leitern noch. Machen wir uns hier so komplett. Zack. Haben wir es. Egal. Wieso ist eigentlich keine Musik an? Ich habe eigentlich habe ich Musik leise angemacht. Aber irgendwie. Hört man nix. Abwarten ob gleich irgendwann Musik kommt. Sonst muss ich ein bisschen Musik hinterschneiden. So jetzt haben wir 21. Damit sollten wir eigentlich bis nach oben kommen. Ne. Da kaputt man. Da sind wir auf jeden Fall auch sicher vor irgendwelchen Viechern. Boah. Ist das Ding hoch. Ich traue mich eigentlich gar nicht runter zu gucken. Uah. Ne. Einfach da oben klettern. So. Und so. Ach. Zehn. Was war das? Ach ne. Muss ich gar nicht? Oh. Ich kann hier einfach drüber setzen. Ach. Bin ich blöd. Ich habe es geahnt. Oh man. So. Ich glaube jetzt bin ich ganz oben. Hops. Wow. Ne. Dahinten gehe ich jetzt nicht hin. Ich bleibe hier. So. Dann machen wir hier mal so ein bisschen weg. Für unser Baumhäuschen. Machen wir hier mal so alles platt. Boden muss ich noch austauschen. Hier liegen. Holz. Dreck muss ich hochbringen. Damit ich hier oben Bäume pflanzen kann. Da brauche ich ja auch nicht mehr runter. Gehen wir noch. Ja. Wir machen noch zwei runter. Auf diese Ebene machen wir. Ah ne. Warte. Hier ist Holz. Machen wir auf die. Dann wird das alles gleich noch verarbeitet. Ist auch noch hoch genug. Sehen wir. Boah. Jetzt ist doch die Musik wieder laut. So. Ha. Ach. Ist auch schön wieder ordentlich Minecraft spielen zu können. Ich habe so lange gewartet. Und. Die letzten Aufnahmen. Oh Gott. Die waren Hölle. Schrecklich sowas. Ähm. Ich will mal kurz einmal die letzten beiden hier hinpacken. Damit ich hier. Plopp. Hier bleiben. Ähm. Packen wir uns mal kurz das da hin. Äh. Äh. So. 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 Dann hauen wir uns jetzt nicht. Die Dinger hier weg. Und das wird dann unsere finale Ebene. Gucken wir mal so ein bisschen wie wir das später bauen. Ich habe da noch gar keine. Ah. Hier bleiben. Keine Leiter verlieren. Dupidu. 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 Handycam eingestellt. Dass der nach 10 Minuten eine neue Aufnahme anlegt. Damit ich immer die 10 Minuten Parts habe. Aber irgendwie. Hat er gerade die ganze Aufnahme gestoppt. Sehr merkwürdig. Oh. Reicht das genau? Oh. Das reicht ja genau. Perfekt. Dann haben wir da drei. Da zwei. Ich brauche noch ein paar Bäume. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz ganz viel. Ich hau den Klotz. Bis er mir gröbt Holz ganz viel. Darum klopp ich mit ner Axt. Damit es schneller geht. Badumbidada. Dumbidada. 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 Ich brauche Holz. Ich brauche Holz ganz viel. Ich baue ein Haus. Auf nem Baum. Ganz. Ganz viel. Ne. Das reifst ja nicht. Auf nem Baum. Ganz viel. Egal. Ich hab mich verlaufen. Wo muss ich nur hin? Ach hier. Dumbidada. 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 Und baue den Boden aus. Dumbidada. 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 Das war ein Fehler. Da muss der Klotz gleich weg. Und er fällt runter. Und verschwindet in Dreck. Ich singe herum so gern. Nein, das tue ich nicht. Wieso ist das weiß? Wieso sind die Klötze heller als die? Nein. Die haben verschiedene Klotzfarben eingefügt bei den verschiedenen Baumarten. Wie geil ist das denn? Also, das ist geil, aber das ist scheiße jetzt gerade. Nee. Das will ich nicht. Mano. Jetzt muss ich doppelt arbeiten. Ach so ein Scheiß. Nein, 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 nein. Ach, egal. Ich mache hier erstmal Stopp. Erste Part ist zu Ende. 13 Minuten knapp. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich den Fehler dabei habe. B-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B. Bis dann, euer Nico Stimboi.